So, heute Gestaltung entspricht. Kernenergie ist Brückenfunktion, das ist damit auch festgelegt, nicht Zukunftsoption, sondern Brückenfunktion. Sie ist festgelegt und sie hat diese Funktion, um im Jahr 2040, 2050 das regenerative, auf Effizienz setzende Zeitalter zu erreichen. ... der Gebäude etwa 70 Prozent des Gesamten... Mit diesem Schritt schlagen wir drei Fliegen mit einer Klappe. Erstens tragen längere Laufzeiten dazu bei, bei Strompreisen für Wirtschaft und Verbraucher sie bezahlbar zu halten. Zweitens werden wir unser Klimaschutzziel leichter erreichen. Drittens werden die Kraftwerksbetreiber beträchtliche finanzielle Mittel abführen. ... der vorgelegt worden ist, noch erheblich optimiert und verbessert worden. Politik gemacht wird nach dem Motto, was Knete bringt, wird schön geredet. ... die Atomwafberge sind gefährlich, produzieren Müll, von dem keiner weiß wohin damit, also müssen sie abgeschaltet werden. ... das ist unsere Frau Dauk. ... 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